Nur fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt befindet sich am Hühnerposten 1 die Kinderbibliothek, kurz KIBI. Die KIBI ist die lebhafteste Fachabteilung der Zentralbibliothek. Sie bietet auf modernen 750 Quadratmetern rund 50.000 Titel. Kinder können hier alles ausleihen, was das Herz begehrt. Aktuelle Bestseller, Sachbücher, Zeitschriften, Filme, Hörbücher, Games und Spiele. Bekannte Klassiker finden sich ebenso wie spezielle Angebote, zum Beispiel für jungenspezifische Themen. Herausragend ist auch das interkulturelle Portfolio mit Medien in vielen verschiedenen Sprachen, das durch Veranstaltungen ergänzt wird. Die schönen, großzügigen Räume in warmen Farben laden Kinder von 0 bis 12 Jahren dazu ein, ein vielseitiges Programm zu erleben. Sei es beim Stöbern in den Regalen, beim Schmökern im Goldfischbecken, beim Bilderbuchkino im Tramhaus oder beim kreativen Arbeiten und Experimentieren in der Lernwerkstatt. Mit allen Sinnen lernen, erfahren und erleben. Unter diesem Motto vermittelt die Kibi den Kindern Leselust und Medienkompetenz, auch im virtuellen Bereich. Die Kibi bietet zeitgemäße Medien und schafft einen Übergang zwischen klassischem Buch und digitalen Angeboten. Kinder können vor Ort am PC Lernspiele nutzen und auch Games für zu Hause ausleihen. Damit Eltern wissen, was ihren Nachwuchs interessiert, informiert das kompetente Kollegium über aktuelle Entwicklungen wie Bilderbuch-Apps oder die Nutzung von Computerspielen. Moderne Technik gibt es auch bei der Ausleihe. Die Selbstverbuchung und Rückgabe ist wirklich kinderleicht. Auf dem großen Marktplatz bietet die Kibi regelmäßig kostenfreie Veranstaltungen an. Hier waren bereits Bestseller-Autorinnen wie Kirsten Borje oder Cornelia Funke zu Gast. Und bekannte Illustratoren veranstalten regelmäßig Workshops zu aktuell laufenden Ausstellungen. Die Kibi kooperiert mit zahlreichen Institutionen. Sie beteiligt sich am bundesweiten Lese-Förderprogramm der Stiftung Lesen, bietet Raum für die Hamburger Märchentage oder das Literaturfest Seiteneinsteiger. Und begrüßt wöchentlich Eltern mit Kleinkindern zu den Gedichte für Wichte-Gruppen. In den Sommerferien lädt das interaktive Ferienprogramm 53 Grad Schüler zum Mitmachen ein. Die Kibi ist ein bedeutender Partner für Kitas und Schulen. Jährlich besuchen rund 40.000 Grundschüler den Hühnerposten und die 32 Stadtteilbibliotheken im Rahmen von Klassenführungen, die in Kooperation mit der Behörde für Schule und Berufsbildung und den Grundschulen in Hamburg durchgeführt werden. Im Mai 2014 feierte die Kibi ihr zehnjähriges Jubiläum. Das moderne Konzept, die zahlreichen Veranstaltungen und die Aufenthaltsqualität dienen international als Vorbild für andere Kinderbibliotheken. Ausführliche Infos über das Portfolio und aktuelle Veranstaltungen finden sich unter www.bücherhallen.de-kibi.